Das war der Tischmord, der Kühe in der Kühe. Also ich glaube, in meinem eigenen Gerde-Botten, der Kühe ist da hinten, 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 der Kühe ist da noch abgeraschen. Aber unsere Kühe wird sowieso als erstes die Kühe beiternieren. Wir müssen jetzt gleich intus. Jetzt waren die Kühe in der Kühe. Ja. Die Kühe haben wir nicht im Haus. Und wenn, meine Güte. Die Möbel. Die Möbel, also da, der Kirchhorn-Fisch, da werde ich ein bisschen drauf achten. Das ist eine vollständige Kühe. Ne, ich hab... Wir haben es mal rein. Ne, wir haben die Kühe. Ne, wir haben die Kühe. Pitterapeln. Ja. 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 Ja, das ist also das... Ich guck erstmal, also kann ja... Ja. 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 Also das war ja auch wirklich... Ich meine, die waren ja vorher schon hinreißend. Aber wie die sich um ihre Kleinen gekümmert haben... Ja. Jetzt geht's an die Husentasche. Jetzt würde ich mal aufpassen. Ja. So ein Mensch ist gut versucht. Ja. Oder weißt, jetzt sind's acht. Jetzt wirst du aufgefressen. Also ich meine, bei den... zu kleinen geht das ja noch. Aber eigentlich... Ich bin, als wir mal zu Besuch waren mit den großen Settern. Die haben mich auch so angegangen. Hab ich da unten gehockt und wollte fotografieren. Und dann kamen die alle. Ja. Diese Youngsters, da die Halbstarken. Genau. Und dann bin ich oben. Stark ist da. So, und nun? Ja, so ist das mit den Models. Dann hat man sie auf dem Schoß und dann mehr. Ach so. Wir fehlen aber noch welche. Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Oh, ich hab dich im Schnauze! Beide, beide. Da kommt ihr Bein! Komm die Beine! Komm her! Hier sind so viele los. Ich hab' halt zu wenig. Komm her! Komm! Ja, das ist so eine Kuppe, ne? Komm Kinder, komm! Jetzt aber! Welches wäre denn eigentlich die rote Zora gewesen? Die Nummer fünf. Die Zora hatte welche Nummer? Fünf. Die war vorhin bei mir im Haus. Doch mal kam der andere Rappel. Ist aber auch noch da. Ist alle doch da. Aha! Da war die Demantel, der hat die Kuppe, die Jason hat gar nicht erwischt. Der Jason hat sowieso ein süßes Gesicht. Ohne Jason Fotos darf ich nicht nach Hause kommen. Dann bringt Tina mich um. Dann gibt es Ärger. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hier ist ein Hoppelpoppel. Ja. Das ist die Schönte, ne? ...zimmer machen, damit die so viel Gutes ... ... irgendwie mit ... ... dass er dann auch ganz schnell ... ... ja, Schiff ... ... und dann ... ... und ... ... und ... ... die Mutter ... ... und ... ... und ... ... ... Was steht denn da auf dem ... ... blau, oder? ... ... ne, das ist er ... ... das ist Tim was ... ... mach mal Fotos ... ... ich nehme ihn mal ...